Und weiter geht's hier mit New World und wir schauen uns die Waffen mal wieder ein wenig detaillierter an. Die Waffen und die Skillbäume, damit geht's wieder los. Schauen wir mal wie der Stand der Dinge ist nach dem Release und wir starten natürlich mit Schwert und Schild. Schwerd und Schild Ich bin jetzt für den Heal-Build entschieden, für den Heilstab, Lebensstab und bin damit auch äußerst zufrieden. Nichtsdestotrotz gehen wir jetzt natürlich ein wenig mal auf den Tank ein, schauen uns mal die Talente an, was er denn so hat. Dafür nutze ich dann die Seite von newworldfans.com, wir ziehen das mal hier rüber. So, und da sind wir auch schon bei dem Talentplaner sozusagen. Ich habe das hier alles mal eingestellt auf Deutsch sozusagen, einfach hier übersetzt auf Deutsch, damit das ein bisschen einfacher ist. Ja, und dann ist natürlich immer die Frage, wie spielt man Schwert und Schild? Ich denke mal am leichtesten fürs Leveln sind natürlich hier die aggressiven und offensiven Skills, wobei ich auch immer ein Fan davon bin, die Builds, gerade wenn man offensiv unterwegs ist, zu kombinieren. Vielleicht auch hier mit dem Schildrausch, ich meine das Schild trägt man ja eh. Okay, dann kann man auch zwischendurch mal diesen Stun oder so auch hier mitverwenden und dann vielleicht auf den Reverse Step einfach mal verzichten. Aber das ist natürlich auch mal so ein bisschen Geschmackssache. Letzten Endes geht es halt beim Leveln ja dann darum, einfach schnell viel Schaden zu machen und da bauen wir uns mal eben ein Damage Build zusammen. So, das ist jetzt mal die Skillung, die tendenziell offensiv ist, offensiv mit der Möglichkeit Gegner zu betäuben im Verteidigerbild, AOE Schaden zu machen, relativ schnell vorwärts zu kommen und die Möglichkeit zu haben, Gegner, die halt verlangsamt sind, dass man da dann nochmal mehr Schaden macht und sich selbst auch noch zwischendurch bufft, wenn man zum Beispiel schwere Angriffe macht und so. Gehen wir das gleich mal im Detail durch. Das ist natürlich jetzt komplett durchgeskillt. Ich würde primär natürlich hier mit dem Schwertmeister anfangen, dann zwischendurch hier den dritten, das dritte Talent natürlich mitnehmen. Wenn ihr merkt, dass eure Rüstung noch nicht so ganz fit ist, vielleicht auch hier nochmal ein bisschen mehr Rüstungsverstärkung machen, dass ihr ein bisschen mehr aushaltet, nicht so viel Schaden kassiert. Aber ansonsten startet man natürlich dann hier mit dem Schwertmeister und der Wirbelklinge und geht das dann hier schön Stück für Stück durch. Und dann auch hier natürlich die Passiven nicht vergessen, dass die kritischen Treffer nochmal erhöht werden vom Schaden her. Erfolgreiche schwere Angriffe machen 5 Sekunden lang 30% Befähigung, was da auch wieder den Schaden erhöht. Und dann auch hier nochmal den Gegenangriff, das heißt, wenn du blockst, machst du 3% mehr Schaden für 5 Sekunden lang. Das ist 5 mal stapelbar. Also das heißt, wenn von allen Seiten Treffer bei dir einkommen, einfach Schild hoch, blocken, block, block, block. Es steigert sich die ganze Zeit deinen Schaden und danach kannst du halt richtig austeilen. Hier geht es dann weiter mit verlangsamten Gegnern. Die verlangsamten Gegner machen, an verlangsamten Gegnern machst du 10% mehr Schaden, auch absolut hilfreich. Oder dass du eben dann bei voller Gesundheit 15% mehr Schaden machst. Das ist natürlich fürs Angreifen oder für den Erstschlag immer ganz wichtig. Auch hier in Kombination dann mit dem Sprung. Wenn man das dann hier von hinten, wenn man quasi von hinten einen Gegner anspringt, wird er direkt verlangsamt. Du hast 15% mehr Schaden, weil du höchstwahrscheinlich mit voller Gesundheit in den Kampf reingehst. Und machst bei ihm, weil er ja dann verlangsamt ist, direkt auch 10% mehr Schaden. Also das kann man einfach schön kombinieren und das pusht sich gegenseitig halt hoch. Ja und dann natürlich als Gruppenbuff absolut sinnvoll. Beim Halten eines Schwerts wird der Schaden aller Gruppenmitglieder um 10% erhöht. Absolut sinniger Buff für alle. Macht also dann auch beim Gruppenspielen richtig Spaß. Ja nebenbei bleiben dann ja irgendwann auch Punkte übrig, wenn man im Bereich ist, dass man das Schwert komplett durchgeskillt hat. Schwert und Schild auf 20 hat, hat man dann natürlich hier auch noch Punkte übrig für den Verteidigerbild. Hier geht es dann ein bisschen defensiver natürlich vor, dass wir hier physischen Schaden absorbieren, Reduzierung von magischen Angriffen. Die haben wir natürlich auch mit drin. Dann haben wir hier nochmal drin, dass der dritte Angriff einer leichten Angriffsserie 15% mehr Schaden wieder verursacht. Auf die Bedrohung könnten wir natürlich verzichten, aber den Schaden nehmen wir natürlich gerne mit. Und auch hier den Schildrausch habe ich gewählt. Ich hatte erst überlegt, Schildrausch oder Schildschlag. Da müsst ihr auch einfach schauen, was ist euch lieber. Ich habe mich jetzt wie gesagt hierfür entschieden, weil man da natürlich auch ein bisschen schneller vorwärts kommt. Man hat ein bisschen mehr AOE Schaden, den man dann auch hier noch weiter pushen kann. Und das endet dann hier beim einschüchternden Ansturm, dass Gegner verlangsamt werden, wodurch man dann natürlich hier wieder mehr Schaden macht bei den verlangsamten Gegnern. Also daher diese Reihe hier. Und dann zum Ende natürlich auch nochmal zum Selbsterhalt, wenn man schon auch in einem Rage speziell immer weit vorne ist, bei einem Boss oder sowas mit dran steht, kriegt man natürlich auch ab und zu mal ein bisschen Schaden rein. Und deswegen dann auch hier nochmal die Erholung mit reingeskillt. Und alle eingehenden Heilungen und Regenerationen wurden um 10% erhöht. Also absolut praktisch natürlich auch, wenn man da offensiv unterwegs ist. So, setzen wir das Ganze nochmal wieder zurück und gehen dann hier auf den Verteidigerbild. Wie baue ich das zusammen oder wie verteile ich die Talente, wenn ich eher als Tank unterwegs bin. Auch als Tank kann man natürlich gut leveln. Man hält einfach ein bisschen mehr aus und haut dann hauptsächlich halt mit dem Schild ein bisschen rum. Gehen wir mal in den Verteidigerbild. Ja, da haben wir jetzt den Verteidigerbild. Gehen wir da auch nochmal im Detail drauf ein, wie das denn jetzt zusammengebaut ist. Zwischendurch, wenn dir irgendwie was auffällt und du meinst, ja man könnte das so machen oder ich würde es so machen, gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Davon profitieren natürlich alle. Auch ich werde das dann gerne mal ausprobieren, wie man das dann spielt und wie das dann oder ob das dann vorteilhaft ist. Oder ja, vielleicht übernehme ich das dann auch. Danke dann auch für diese Tipps. Das ist immer sehr hilfreich, wie gesagt auch für jeden. Und im Großen und Ganzen, wenn dir das alles hier gefällt, gerne auch einen Daumen da lassen und den Kanal abonnieren. Gehen wir aber jetzt erstmal hier weiter im Verteidigerbild. Also hier natürlich schwerpunktsmäßig oder die meisten Punkte gehen hier rein. Deutlich mehr Punkte, wie jetzt hier im offensiven Bereich. Denn wir wollen alles mitnehmen, was uns schützt, beziehungsweise was den Gegner schwächt. Und ja, da starten wir natürlich hier mit den drei Hauptattributen und nehmen hier natürlich gerne auch die passiven mit, die dann nochmal Schadensreduzierung einfach bringen. Auch hier haben wir dann natürlich die passiven mit drin, die die Abklingzeiten ein wenig reduzieren. Oder hier nochmal 15% mehr Bedrohung. Bedrohung übrigens ein ganz wichtiger Part, dass man da sich seine Waffen auch sockelt. Und zwar sockelt man die Waffen dann am besten mit einem Karneol. Einfach mal im Auktionshaus vielleicht schauen oder beim Juwelenschleifen schauen. Und Karneol, das sind die Edelsteine, so rötliche Edelsteine, die die Agro quasi erhöhen, beziehungsweise auf den Klamotten gesockelt, reduzieren sie quasi die Agro dann für die Damage-Dealer. Ja und dann haben wir natürlich hier bei den Haupttalenten auch das alles durchgepusht bis unten hin. Mit Verlangsamungseffekten, mit erhöhter Agro schon wieder, mehr Bedrohung, Bedrohung, Bedrohung. Und natürlich auch alles, was defensiv wiederum ist. Beim Blocken verliert man ja Ausdauer, dass man halt schön viele Blocks auch aushält. Dafür sind dann diese hier verantwortlich. Oder dass man natürlich hier schön mehr Heilung bekommt, auch das ist sehr wichtig. Und dann hier bei der trotzige Haltung, bei dem Skill, dass man hier nochmal erhöhte Schadensreduzierung zum Beispiel drin hat. Und dass man hier nochmal 15% der maximalen Gesundheit zurückbekommt. Ja, im Schwertmeister habe ich dann hier drei Punkte drin. Da habe ich ein bisschen gehadert. Also diese beiden sind schon wirklich gut, dass der letzte Angriff eine Angriffskette nochmal Verlangsamung bringt. Das ist schon mal ganz praktisch. Das heißt, die Gegner können nicht so schnell weglaufen. Dann hier natürlich schwere Angriffe. Dadurch verliert man ein Debuff. Auch sehr wichtig. Das heißt, wenn man sich selbst quasi einen Debuff runternehmen kann, ist das natürlich super praktisch. Und hier, ja, da könnte man links oder rechts hier nehmen. Gegenangriff oder Mobilität. Bewegt sich beim Blocken schneller, kann man nehmen. Man könnte aber auch einfach hier den Gegenangriff nehmen. Wenn du einen Angriff blockst, erhältst du einen Stapel Ermächtigungen für fünf Sekunden lang. Auch das, ja, fünfmal stapelbar wieder. Und dass man da dann wieder ein bisschen mehr Schaden macht. Oder man geht hier unten rein und macht das in die Betäubung mit rein, den letzten Punkt. Also diese Möglichkeiten hat man. Und wenn man mit der Ausdauer nicht ganz klar kommt, kann man den letzten Punkt natürlich auch hier mit in die Ausdauer mit reinnehmen. Oder dass man dann hier nochmal ins Abwehrtraining reingeht. Man erhält fünf Sekunden lang zehn Prozent Verstärkung und ist dann noch defensiver unterwegs. Also die beiden hier schon wirklich praktisch. Gerade auch das mit dem Debuff runternehmen. Und der letzte Punkt, den kann man halt noch so ein bisschen an seinen Stil oder an sein Equipment anpassen. Gehen wir hier nochmal ein bisschen defensiver rein. Das wäre jetzt hier äußerst tanky. Ja, und so spielt man dann quasi als Tank. Dann bleibt natürlich letzten Endes nur noch die Frage, was für eine Zweitwaffe nimmt man. Und da bin ich momentan am ehesten, oder ich sag mal so, es schmeckt mir glaube ich am ehesten mit dem dicken Zweihandknüppel. Wenn man da dann reingeht und die Möglichkeit hat, einen Massenstunt zu machen, die Gegner halt zu pullen. Oder auch wie gesagt die Aggro halt direkt aufzubauen mit mächtigem Schaden. Das wäre jetzt nochmal für die Zweitwaffe interessant, wenn man hier jetzt wie gesagt mit dem Zweihandhammer reingeht als zweite Waffe. Könnte man das einfach so zum Beispiel skillen. Übrigens einfach das Video zwischendurch mal pausieren, gucken was habt ihr und dementsprechend die Talente einfach dann nachbauen. Und ja, wie gesagt, hier ist es halt so, dass die meisten Angriffe halt initial sind. Das heißt, du gehst rein, nimmst die fette Keule, haust da mächtig rein, stunzt vielleicht mit der Schockwelle zwischendurch, wechselst dann wieder auf Schwert und Schild und gehst halt ins Tanken rein. Beziehungsweise haust mal so eine Schneise rein, wenn da so eine Gruppe ist. Wie gesagt, schwerpunktsmäßig hier halt nur zum Reingehen in das Ganze, eine ganze Gruppe von Gegnern. Einmal stun oder pullen, stun und dann eben der Wechsel auf Schwert und Schild und dann die Aggro quasi halten und das Ganze durchdenken. Soweit das Tank-Build in New World. Ich bin sehr gespannt, ob es dir gefallen hat, wie du damit klarkommst. Gerne einen Kommentar da lassen, wie das für dich funktioniert hat. Wenn du halt, wie gesagt, Tipps und Tricks hast, gerne auch unten reinschreiben, was man besser machen kann. Dankeschön dafür und ich würde sagen, wir sehen uns in The New World. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal.